Untertitelung des ZDF, 2020 Peter, können Sie die Zigarette aufmachen? Meine Tochter kümmert sich um alles. Sie wird es besser machen als ich. Wenn du die Straße lang gehst, denkst du da nicht, das ist das letzte Mal, dass ich diese Person sehe? Montevideo? Nein, nicht wirklich. Der Film hat angefangen. Seid jetzt still! Ich hab abgesperrt! Sie trotz der Autorität, sie hält sich für was Besseres als ihren Vater. Wenn du hier arbeiten willst, kann es nicht schaden, wenn du mit mir auskommst. Hilfe! Hilfe! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.